Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erkläre ich euch, wie man mit Klammern bei Gleichungen umgehen muss. Wir beginnen mit Klammern bei Summen und Differenzen, also bei Plus und Minus. Wir fangen mit den Plus-Klammern an. A plus Klammer auf B plus C. Wenn ich das Ganze auflöse, ist es sehr einfach. Es ist nämlich einfach A plus B plus C. Man kann die Klammer praktisch weglassen. Genauso sieht es aus bei A plus Klammer auf B minus C. Auch hier gilt A plus B minus C. Nun schauen wir uns die Minus-Klammern an. A minus Klammer auf B plus C. Dabei kommt raus A minus. Diesen Teil können wir abschreiben. Und jetzt wird dieses Zeichen umgedreht, weil ein Minus vor der Klammer steht. Also B minus C. Weiter geht's. A minus Klammer auf B minus C. Und hier ist es jetzt genauso. A minus steht vor der Klammer. Das können wir abschreiben. Und weil ein Minus vor der Klammer steht, wird das Vorzeichen umgedreht. Also in diesem Fall B plus C. Okay. Nun schauen wir uns Multiplikationsaufgaben an. A mal Klammer auf B plus C. Hier kommt raus A mal B. Also AB plus A mal C. Also AC. Um das noch kurz farblich zu verdeutlichen. Ich rechne erst A mal B und dann A mal C. Weiter geht's. A mal Klammer auf B minus C. Auch hier rechne ich wieder zuerst AB. und in diesem Fall Minus, weil A mal Minus AC dann Minus AC ist. Okay. Es wird etwas komplizierter. Klammer auf. A plus B, Klammer zu, mal, Klammer auf, C plus D, Klammer zu. Und hier nehmen wir die Farbe dazu. Als Recht. Erstes rechne ich A mal C und A mal D. Das sind also A mal C plus A mal D. Danach rechne ich B mal C und B mal D. Also plus BC plus BD. Weiter geht's. Klammer auf. A plus B, Klammer zu, mal, Klammer auf, C minus D. Und auch hier fange ich wieder an. A mal C rechnen sind AC. Jetzt geht's weiter. A mal Minus D. Also Minus AD. Weiter geht's. B mal C. Also plus BC. Und wieder weiter geht's. B mal Minus D. Also Minus BD. Okay. So. Es geht weiter. Minus A, Klammer zu, mal, Klammer auf, B plus C. Minus A mal B ist minus AB. Minus A mal C ist minus AC. Nochmal kurz zu verdeutlichen. Erst das, dann das. Weiter geht's. Minus A mal, Klammer auf, B minus C. Minus A mal B ist minus AB. Minus A mal minus C ist plus AC. Weil nämlich Minus und Minus plus macht. Auch hier erster Rechenschritt, zweiter Rechenschritt. Wir machen's ein bisschen schwieriger. A minus B, Klammer zu, mal, Klammer auf, C plus D. Und auch hier fange ich wieder an. A mal C. Also AC plus A mal D. Weiter geht's. Minus B mal C. Und Minus B, D. Hier noch einmal. AC, AD und dann Minus C, Minus D. Und nun noch ein letztes. A minus C in Klammern, mal, Klammer auf, C minus D in Klammern. Und auch hier fange ich an. A mal C. Also AC. Dann rechne ich A mal Minus D. Also Minus AD. Weiter geht's. Minus B mal C, Minus BC. Minus B mal Minus D, plus BD. Aus Minus und Minus wird wieder Plus. Also AC, Minus AD, Minus BC und Plus BD. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn's euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay? Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.